Und meiner Tochter die Augen geöffnet habe, so schmerzhaft das für sie auch war. Ich wünschte nur, du wärst auch nicht länger blind. Rich, ich bin nicht blind. Weißt du, was ich sehe? Zwei Menschen, die meinen Sohn vernichten wollen. Ihr habt ihn dazu verleitet, Dinge zu sagen, die er jetzt zutiefst bereut. Das ist nicht entschuldbar. Sie nimmt ihn schon wieder in Schutz. Was hast du erwartet? Dass er untätig dabei zuseht, wie dein Sohn eiskalt unsere Tochter zugrunde richtet? Das hat mein Sohn zu keiner Zeit gewollt. Ja, denn er hatte es auf mich abgesehen. Und dazu hat der Kerl meine Tochter benutzt. Deshalb mussten wir ihn ausbremsen. Ich begreife nur nicht, wieso du das nicht siehst. Soll ich dir sagen, was ich sehe? Rich und ich haben an einer Lösung gearbeitet, bis du dich eingemischt hast. Wenn du dich nur verdammt nochmal rausgehalten hättest. Aber wir wissen Bescheid. Der wahre Grund ist nicht Steffi, sondern einzig und allein Rich. Weil du ihn nämlich zurückhaben willst. Aber eins musst du dir merken. Nur weil wir uns in dieser Sache nicht einig sind, werden wir nicht gleich aufgeben. Wir sind verheiratet, Taylor, und wir werden es auch bleiben. Hör endlich auf, dich anzubiedern. Es ist erbärmlich und peinlich mit anzusehen. Komm Rich, ich hab genug davon. Gehen wir. Wir sprechen uns. Ich werde mal nach den Kindern sehen. Logan, warte. Hör zu, so kann es mit uns einfach nicht weitergehen. Das finde ich auch. Rich, ich dachte, dass wir einer Meinung wären. Ich auch. Ich meine, es gibt in jeder Ehe irgendwann, naja, du weißt schon, es ist so, wie du zu Taylor gesagt hast. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich bitte dich nur um eins. Lass uns nicht mehr über Rick reden. Hab ich meinen Namen gehört? Ich hab mir in der Küche einen Toast mit Schinken und Käse gemacht. Er ist nicht so gut wie die von Mom, aber... Was ist? Willst du was? Was hast du hier überhaupt verloren? Ich dachte, es wäre dir recht, wenn ich Steffi Zeit lasse, um in Ruhe aus dem Strandhaus auszuziehen. Es wäre mir höchstens recht, wenn du hier nicht aufgetaucht wärst, Rick. Und wo bitte soll ich hin? Meinetwegen in ein Hotel. Oh Gott. Wir wollten doch nicht mehr über Rick sprechen. Nein, wenn ich recht gehört habe, hat meine Mom nicht zugestimmt. Und jetzt macht er sich in unserem Wohnzimmer breit. Schon wieder nicht richtig. Das ist das Wohnzimmer meiner Mom. Bitte sag ihm, dass er verschwinden soll. Tut mir leid, aber das bringe ich nicht übers Herz. Nach allem, was er heute Abend durchgemacht hat. Nach allem, was er durchgemacht hat? Die Trennung von Steffi. Sie sind nicht mehr zusammen. Und wenn du erwartest, dass ich ihn jetzt rauswerfe... Ich erwarte von dir, dass du dich nicht mehr von ihm manipulieren lässt. Das kann er nämlich am besten. Und du fällst auf ihn rein. Ich falle nicht auf ihn herein. Ich bin seine Mutter. Deshalb musst du ihm aber doch nicht ständig zur Hilfe eilen. Nicht nach dem, was er getan hat. Rick ist nicht der Einzige, der sich nicht korrekt verhalten hat, Rich. Rich, ihn hier übernachten zu lassen, heißt noch lange nicht, ihm zu Hilfe zu eilen. Wo willst du hin? Ich schlafe nicht unter einem Dach mit Little Ricky. Rich! Rich! Mom! Mom! Lass ihn gehen. Ich hab schon wieder Mist gebaut, hm? Ich dachte, Rich wäre endlich zufrieden, wenn ich seiner Tochter ermögliche, in meiner Abwesenheit aus dem Strandhaus auszuziehen. Und was passiert? Der miese Heuchler kriegt einen Koller und schlägt Krach, weil ich unangemeldet bei meiner eigenen Mutter auftauche. Natürlich macht das Rich etwas aus. Alles, was heute Abend passiert ist. Na klar, es macht ihm nur nichts aus, dass meine Hochzeit mit Steffi geplatzt ist. Nein, Rick, du bist selbst schuld, weil du diese Dinge zu ihm gesagt hast. Er hat mich bewusst provoziert. Hör zu, du wusstest, wie er reagiert, wenn du hier auftauchst. Du hättest genauso gut zu deinem Vater gehen können. Mom, ich bin letzte Nacht durch die Hölle gegangen, das weißt du doch selbst. Du hast mich ermutigt und du bist mir zur Seite gestanden. Aus diesem Grund bin ich zuerst zu dir gekommen. Oh ja. Ja, sicher. Und wieder einmal stehe ich jetzt zwischen meinem Sohn und meinem Mann. Ich wollte das Verhältnis zwischen Rich und mir verbessern. Ich hab es versucht. Ich dachte, wenn wir am Point Doom heiraten, wären alle unsere Probleme gelöst. Wenn Steffi und ich uns dort das Ja-Wort geben, dann wären endlich alle zufrieden. Ja, das hab ich auch gedacht. Aber das bezweifle ich jetzt. Ich war der Überzeugung, du würdest meine Ehe mit Rich akzeptieren. Aber das war nicht der Fall. Es passt dir nicht, dass ich Richs Frau bin. Ich soll allein bleiben. Nein, nein, das ist lächerlich. Du wirst niemals, niemals allein sein. Weil ich dein Sohn bin. Und für dich da sein werde. Mom, ich hoffe, du weißt, was ich dir sagen wollte. Du hast mich. Und ich habe auch einen Ehemann, der immer wieder weggeht, weil er auf keinen Fall mit meinem Sohn zusammen sein möchte. Ach so, dann ist das also meine Schuld. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Aber wie es aussieht, kann Rich seine Abneigung gegen dich nicht von seiner Liebe zu mir trennen. Und das hat negative Auswirkungen. Natürlich auch auf meine Ehe. Sie ist dadurch sehr beeinträchtigt. Ich habe immer gedacht, wir können das gemeinsam durchstehen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich darf ihn nicht verlieren. Tut mir leid, dass du leidest. Aber ich werde dir beistehen. So wie du mir immer beistehst. Sind Hope und RJ schon in der Schule? Hat Rich die Nacht bei Taylor verbracht? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Es ist genauso wie beim letzten Mal, als sie zusammen auf Big Bear waren. Mit Steffi und Thomas. Du weißt ja, wieso sie dort waren. Ja, das weiß ich. Sie hatten vergeblich versucht, Steffi und mich auseinanderzubringen. Dieses Mal haben sie es geschafft und ich wette, sie haben die ganze Nacht durchgefeiert. Ich weiß, tut mir leid, dass du so früh gehen musstest. Und wie ist es gestern Abend gelaufen? Wir hatten alle sehr viel Spaß mit Steffi. Es hat ihr so gut getan. Sie fühlte sich im Kreis ihrer Familie gleich viel besser. Das war wichtig für sie. Weißt du, Taylor, das habe ich gespürt und deshalb bin ich gegangen. Ja, es hat sich alles so richtig angefühlt. Es war toll, es war fantastisch, dass wir alle zusammen waren. Und heute Morgen waren Rich und ich in der Küche und haben Thomas und Steffi beim gemeinsamen Frühstück belauscht. Er hat bei euch übernachtet? Ja, im Gästezimmer. Diesen Missstand kann man doch abhelfen. Ja, das würde ich gern, aber Rich ist immer noch mit Brooke verheiratet. Und das muss ich respektieren. Ja, solche Probleme habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Taylor, ich muss aufhören, die Arbeit ruft. Wo bleiben Sie denn so lange? Wir sind doch pünktlich. Ich fange gern früh an. Bridget Show war ein wichtiger Impuls. So sollten wir doch weiter machen. Oh ja, apropos Impuls. Jemand hat mir erzählt, dass wir in Iron Fashion eine Kritik haben. Voila. Oh, wunderbar. Und zwar... Oh nein. Was ist los? Was Schlimmes? Es ist furchtbar. Bill Spencer ist tot? Sie wussten es auch noch nicht? Nein. Und heute ist die Beerdigung. War er krank? Ich weiß nicht. Ich habe länger nicht mit ihm geredet. Er hat mir eine nette Nachricht geschickt. Wegen der Show. Sie standen ihm offenbar sehr nah. Ja. Weißt du, er hat hier in diesem Büro gearbeitet. Richtig. Spectra hat ihn mal gehört. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Es wird die Modewelt schwer treffen. Wir lernen wohl nie dazu. Ich wollte ihn anrufen und habe es immer wieder verschoben. Und jetzt kann ich leider nicht mehr mit ihm reden. Ich glaube, ich muss Carolines Schwester Karen anrufen. Du versuchst mich völlig zu verunsichern. Ich versuche gar nichts. Ich habe nur gefragt, ob dein Ehemann die letzte Nacht bei seiner Ex-Frau verbracht hat. Oh mein Gott, das höre ich mir gar nicht erst an. Du hast offensichtlich Angst. Deshalb willst du nicht darüber reden. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Rich ist gestern Abend gegangen. Er ist gegangen, weil er es wollte und du hast es nicht geschafft, ihn aufzuhalten. Nein, er wollte nicht gehen. Doch er ist einfach weggefahren, weil er mich nicht in seiner Nähe haben will. Ich habe dir immer gesagt, lass dich nicht mit Steffi ein. Ich wusste, dass das so kommt. Es ist noch nicht vorbei. Mom, wenn ich nur allein mit Steffi reden könnte, ohne Rich, dann... Das geht absolut nicht. Sie liebt mich noch immer. Aber sie hat eure Verlobung gelöst. Nur wegen Rich. Es ist mir egal, aus welchem Grund. Es ist nun mal so. Lass sie in Ruhe und akzeptiere ihre Entscheidung. Es ist nicht ihre Entscheidung, darum geht's. Es ist Rich's und Taylors Entscheidung. Sie haben mich hinters Licht geführt und Steffi hat mich verlassen. Und glaub mir, schon bald wird Rich dich auch verlassen. Das ist genau das, was du willst. Richtig? Sag mir, Rick. Wer manipuliert hier wen? Du musst dir deswegen keine Sorgen machen. Dein Dad und ich, wir kümmern uns um alles. Was wird aus den Hochzeitsgeschenken? Wir schicken sie zurück. Und was ist mit der Band für die Hochzeitsfeier? Liebling, sie wird abbestellt. Die Anzahlung geht aber dabei drauf. Hey, wenn das der Preis für die Freiheit ist, machst du ein gutes Geschäft. Was ist? Soll ich vielleicht so tun, als wäre ich deswegen völlig fertig? Du bist traurig und das tut mir sehr leid. Du dachtest, Rick ist ein netter Kerl, aber du hast dich getäuscht. Mir tut es nicht leid, dass du ihn los bist. Ich bin sogar erleichtert. Solltest du auch sein. Er hat aus unserem Zuhause ein Irrenhaus gemacht. Er hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Was ich getan habe, war falsch. Ich bin viel zu weit gegangen. Aber ich habe es aus Liebe getan. Ich sage dir das alles nur, weil ich dich liebe und will, dass du glücklich wirst. Und jetzt, wo Rick für dich Vergangenheit ist, wirst du es auch werden. Komm her. Wir werden alle glücklich. Ja, solange wir einander helfen. Es ist noch lange nicht alles in Ordnung. Lasst uns miteinander reden, uns um Hilfe bitten. Und keine Geheimnisse mehr. Ihr könnt immer zu euren Eltern kommen. Wir sind nicht mehr verheiratet, aber trotzdem eine Familie. Auch wenn euer Vater nicht da ist. Ich werde da sein. Ich habe zwei Familien. Beide sind gleich wichtig für mich. Aber ich habe euch vernachlässigt. Das tut mir leid. Durch meine Abwesenheit hier ist eine große Leere entstanden. Und Thomas hat gedacht, er könnte diese Lücke ausfüllen. Das tut mir sehr leid. Ich gebe euch mein Wort. Ich bringe euch nie mehr in eine solche Lage. Das ist die private Nummer, richtig? Vielen Dank. Karen, hier ist Stephanie Forrester. Stephanie, hallo. Ich möchte dir mein Beileid aussprechen. Das mit deinem Vater tut mir unendlich leid. Vielen Dank. Ich weiß deine Verbundenheit zu schätzen. Ich weiß, das hört sich wie eine Floskel an. Aber kann ich irgendetwas für dich tun? In der Tat, Stephanie, das kannst du. Bevor mein Vater starb, hat er mich gebeten, dich zu kontaktieren. Ich wäre überglücklich, wenn ich dir helfen könnte, Karen. Vielen Dank. Mein Vater hat gesagt, auf dich ist verlassen. Ja, das stimmt. Ich wollte ihn auch anrufen, nachdem er mir diese Nachricht geschickt hatte. Aber ich, ich hab's, ich hab's noch nicht geschafft. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich er über deinen Erfolg war. Vielen Dank. Er hat etwas Interessantes geschrieben in der E-Mail. Und ich frage mich, ob er schon länger krank war. Weil er schrieb, er hofft, meinen nächsten Trümpf auch noch zu erleben. Ahnte er, dass er sterben würde? Mit Dads Gesundheit ging es rapide bergab. Ihm ging's schon seit Wochen sehr schlecht. Und man konnte ihm nicht mehr helfen? Naja, er bekam Schmerzmittel und dafür war er sehr dankbar. Er konnte seine Angelegenheiten noch in Ordnung bringen. Und jetzt wirst du die Firma übernehmen? Oh mein Gott, ich weiß nicht, wer die Firma übernimmt. Mein Vater hatte kurz vor seinem Tod Gespräche mit seinen Anwälten. Und ich wäre nicht sehr überrascht, wenn er sich gegen mich entschieden hätte. Aber du bist seit Jahren bei Spencer Communications. Außerdem bist du seine Tochter. Ja, genau. Vielleicht, wenn ich sein Sohn wäre. Dad war sehr altmodisch. Er wollte immer nur Männer im Vorstand. Mich hat er immer ebenbürtig behandelt. Ich glaube, du bist die Ausnahme für sehr viele Regeln. Weißt du, Dad hat dich immer sehr bewundert. Nun ja, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Seit der E-Mail, die er mir am Anfang dieser Woche geschickt hatte, habe ich viel nachgedacht. Über deinen Vater und dich und Caroline und... Vielleicht, wenn sie nicht so jung gestorben wäre, dann... wäre Rids Leben anders verlaufen. Ohne Brooke. Du hast doch auf meine Ehe mit Rich noch nie Rücksicht genommen. Mom, wieso sollte ich, wenn dein eigener Ehemann keine Rücksicht nimmt? Erst sagt er dir, dass alles wieder gut wird und dann lässt der Kerl meine Hochzeit platzen. Er wollte nur seine Tochter beschützen. Rich hat dir gesagt, dass er dazu bereit ist, meine Ehe mit Steffi zu akzeptieren. Entweder hat er gelogen oder es hat sich etwas geändert. Und vielleicht sind das seine Gefühle für dich. Das ist er. Hallo. Hey, ich habe gedacht, ich melde mich mal. Ich bin froh, dass du anrufst. Wie geht's den Kindern? Sind sie schon in der Schule? Oh ja, alles wunderbar. Ich habe ihnen gesagt, du musstest früh ins Büro. Gut gemacht. Ich bin noch bei Taylor, aber ich werde bald nach Hause kommen. Du hast bei ihr übernachtet. Ich habe so gut wie gar nicht geschlafen. Ja, ging mir genauso. Logan, so gefällt mir das ganz und gar nicht. Ich wollte nicht, dass du gehst. Aber du weißt ja, wieso ich nicht bleiben konnte. Nicht deinetwegen, wegen Rick. Dieser Kerl hat uns doch nichts als Probleme beschert. Bevor er noch mehr Schaden anrichten kann, muss er aus unserem Haus verschwinden. Glaubst du, dass unsere Ehe Schaden genommen hat? Es gab viele Spannungen. Und das wird sich erst dann ändern, wenn er endgültig verschwunden ist. Mir ist bewusst, dass du das nicht so siehst wie ich, aber... Es ist mir unbegreiflich, wieso, wenn du dir nur diese Aufnahme anhören würdest. Nein, das brauche ich nicht. Rick hat mir gesagt, wozu du ihn verleitet hast. Ich habe deinen Sohn zu überhaupt nichts verleitet und ich will mit dir auch nicht mehr darüber streiten. Die Wahrheit ist jetzt endlich ans Licht gekommen. Meine Tochter ist nicht mehr mit Rick verlobt. Und sobald er verschwunden ist, bin ich wieder zu Hause. Und bis dahin bleibst du bei Taylor? Ich würde lieber in unserem Bett schlafen. Und ob ich das tue oder nicht, liegt jetzt ganz bei dir. Wir sehen uns im Büro. Übrigens wollte ich dir noch sagen, dass ich Dad bitten werde, Rick rauszuwerfen. Nein! Ich will ihn von mir und meiner Familie so weit wie möglich entfernt wissen. Ich kann nur hoffen, dass du das eines Tages verstehen wirst. Rick, bitte! Logan, ich muss jetzt aufhören. Bis bald. Eric! Ich habe das von Bill Spencer gehört und dachte, du brauchst mich vielleicht. Rich geht also zu Dad. Und ich soll verschwinden. Aus dem Haus und aus der Firma. Und wenn du nicht einverstanden bist, kommt Rich nicht mehr nach Hause. Also lass uns festhalten. Erst hat er mich hinters Licht geführt und jetzt versucht er dich zu erpressen. Wir können ihm das auf keinen Fall durchgehen lassen. Wenigstens einmal in deinem Leben musst du dich diesem Mann widersetzen. Du beziehst Stellung für unsere Tochter. Und gegen Brooks Sohn. Gut möglich, dass sie es so sieht. Ich bin sicher, Dad wird es auch so sehen. Außer er erfährt, wie Rick über Steffi gesprochen hat. Ich will nur, dass Brooke einsieht, wie destruktiv er ist. Sie muss das endlich erkennen. Und dann gehst du wieder zurück zu ihr und Rick muss verschwinden. Taylor, wenn du mich brauchst, werde ich für dich da sein. Oh, wir kommen schon klar. Hör zu. Wenn unsere Kinder irgendwas brauchen, wenn du irgendwas brauchst, werde ich da sein. Du musst nur anrufen. Jederzeit. Vielen Dank. Thomas ist wieder auf dem richtigen Weg. Steffi weiß endlich, was für ein Mistkerl Rick ist. Unseren Kindern geht es besser. Viel besser als noch letzte Woche. Und das ist dein Verdienst. Du bist eine bemerkenswerte Frau. Du dachtest, ich brauche dich? Du hast Bill doch sehr gemocht. Du bietest mir deine Hilfe an. Ja. Ich habe mit Donna darüber gesprochen. Und so gern sie ihm auch die letzte Ehre erwiesen hätte, sie hat Verständnis für die Situation. Es werden viele alte Freunde da sein. Und angesichts unserer Freundschaft mit Bill und unseres Ansehens in der Modewelt sollten wir vielleicht zusammen hingehen. Oh, damit du den verständnisvollen Ex-Ehemann spielen kannst, der seiner betrübten Ex-Ehefrau erlaubt, ihren Kopf an seine Schulter zu lehnen. Ich will dir nicht zumuten, das allein durchzustehen. Eric, ich bin es schon seit sehr, sehr langer Zeit gewöhnt, sehr viel allein durchzustehen. Auch in unserer Ehe. Aber das sieht dir wieder mal ähnlich. Der gute Eric, der immer da ist, wenn man ihn braucht. Das ist auch der Grund, wieso du glaubst, dir so viel erlauben zu können. Was erlaube ich mir denn? Ein selbstherrlicher alter Egomane zu sein. Du dachtest, ich brauche dich. Naja, das war so, 50 Jahre lang. Ich habe 50 Jahre gehofft, dass du erwachsen wirst. Und dass du mich mit Achtung und Respekt behandelst. Du bist jetzt nur hier, weil Mrs. Honigbär es dir erlaubt hat. Ich brauche das nicht, vielen Dank. Du lässt dir nicht helfen, weil du noch immer sauer auf mich bist. Nein, ich, nein, es ist deswegen, weil ich mir nichts mehr von dir erwarte. Die Kinder tun das, sie fühlen sich ein wenig gedemütigt von deinen Eskapaden, aber ich nicht, nicht mehr. Ich bin nicht mehr die leidende Ehefrau. Das ist eine Rolle, die nie zu mir gepasst hat. Dafür passt diese hier wie angegossen. Wir haben es immer geschafft, nebeneinander zu existieren. Egal, was in unserem Leben auch passiert ist. Egal, mit wem du gerade geschlafen hast. Es geht ja nicht um Donner. Gott. Genau deswegen habe ich dich gefeuert. Du hast mir einen Gefallen getan. Ich wäre nie von Forrester weggegangen. Ich habe mich von der Vorstellung gelöst, die Matriarchin sein zu müssen. Und Nick und Jackie haben mir die Chance gegeben, die zu sein, die ich bin. Stephanie Douglas. Ja, ja, ich erinnere mich. Du glaubst, es ist diesmal genauso wie die anderen Male, als wir uns getrennt haben. Aber das stimmt nicht. Du glaubst, ich warte nur darauf, dass du wieder zur Vernunft kommst. Aber jetzt bin ich vernünftig. Ich will dich nicht mehr. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Maß dir nicht an, mir zu sagen, was mein Ernst ist. Ich bin nicht gekommen, um mir irgendwas anzumaßen. Oh doch. Weil du genau wie früher denkst. Du denkst, nichts hat sich geändert. Aber für mich hat sich alles geändert. Du willst, dass ich zusammen mit dir zu Bill's Beerdigung gehe. Und du hast den Nerv zu sagen, du tust es mir zuliebe, obwohl du es dir zuliebe tust. Tut mir leid, Eric. Ich kann in der Öffentlichkeit nicht so tun, als wären wir befreundet. Denn ich bin nicht deine Freundin. Ich bin deine Rivalin. Und ich bin eine Frau, die sich entschieden hat, unabhängig zu sein. Unabhängig von dir? Von der Firma, die wir aufgebaut haben? Von deinen neuen Ansichten, deiner neuen Frau, deinen Launen? Ich bin frei. Ich habe mich von dir befreit. Ich begehre dich nicht. Ich brauche dich nicht. Und ich erwarte nichts von dir. Und ich will dich auch nicht wiedersehen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Leb wohl, würde genügen. Ich erinnere mich gern an die Zeit mit dir, denn trotz allem bist du der Vater meiner Kinder. Aber wir sind nicht mehr Mann und Frau. Wir sind weder Geliebte noch Geschäftspartner. Und leider sind wir auch keine Freunde. Also, leb wohl, würde genügen. Hast du schon mit Donner gesprochen? Brooke. Oh, was hast du gesagt? Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Irgendetwas scheint dir große Sorgen zu machen und ich nehme an, bestimmt nicht der Tod von Bill Spencer. Rachel ist heute Nacht nicht heimgekommen. Mutter ist allein zu dieser Beerdigung gegangen? Ich habe ihr angeboten, sie zu begleiten, aber sie braucht mich nicht, meint sie. Du hast dir sehr deutlich gezeigt, dass du sie nicht brauchst, als du sie gefeuert hast. Bist du im Auftrag von Thorn und Felicia zu mir gekommen oder hast du selbst ein Hühnchen mit mir zu rupfen? Ich bin froh, dass sich Mutter überhaupt für etwas begeistert. Ich wünschte zwar, es wäre nicht Jackie M., aber wenigstens hat sie sich nicht im Bett verkrochen. Ich habe mich um alles gekümmert. Pam schickt Blumen zur Bills Beerdigung. Vielen Dank, mein Schatz. Du gehst gar nicht hin? Immerhin hattest du ziemlich viel Kontakt zu Bill während deiner Zeit als Model, nicht wahr? Das war vor einer halben Ewigkeit, Rich. Daran wird sich bestimmt niemand mehr erinnern. Offensichtlich doch. Ich bin zu seiner Testamentseröffnung eingeladen worden. Was glaubst du, hat das zu bedeuten? Ja, bitte. Oh, Karen. Konntest du dich etwas ausruhen? Nicht wirklich. Alle wollten unbedingt heute mit mir über meinen Vater reden. Er hatte eben viele Freunde. Und genauso viele Feinde, fürchte ich. Einige hat er sich auch hier gemacht, soweit ich mich erinnere. Danke, dass du uns dein Büro zur Verfügung stellst. Ach, kein Problem. Wieso soll die Testamentseröffnung ausgerechnet hier stattfinden? Dieses Büro steckt voller Erinnerungen. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie wahnsinnig sich mein Vater gefreut hätte, dich hinter diesem Schreibtisch sitzen zu sehen. Ich hätte nie erwartet, mal hier zu sitzen, glaub mir. Das mit dir und Eric tut mir leid. Donna Logan! Lassen wir das Thema. Und wie geht es Rich? Ich habe gehört, dass er in der Nacht vor seiner Hochzeit seine Tochter verloren hat. Ich hoffe, er hat es einigermaßen überwunden. Und Brooke und er sind wieder verheiratet? Ja, und es läuft so gut, wie es zu erwarten war. Rich ist der Ansicht, dass Rick für unsere Ehe ein Problem sein könnte. Und es scheint auch so zu sein, wenn Rich im Hotel übernachtet. Rich ist bei Taylor. Wie bitte? Rich hat die Nacht bei Taylor verbracht. Es war ein schönes Gefühl, Dad hier zu haben. Ich denke, es hat ihm auch gut gefallen. Kommt er zu dir zurück? Thomas, dein Vater ist mit Brooke verheiratet. Glaubst du, das bleiben sie, nach allem, was zwischen Rick und Steffi war? Und obwohl Brooke auf Ricks Seite steht? Ihre Ehe steckt in Schwierigkeiten, Mom. Stephanie Forrester, Clark Garrison, Mr. Simmons, der Anwalt meines Vaters. Angenehm. Guten Morgen. Es ist mir eine Freude. Der Anlass, aus dem wir hier sind, ist natürlich keine Freude. Aber es freut mich, dass ich Sie kennenlerne. Warten wir noch auf jemanden? Im Testament wird nur noch eine weitere Person erwähnt. Nur noch eine? Ich dachte, dieses Büro würde voll werden, Sie würden eine DVD einlegen und wir würden alle hier sitzen und dem alten Mann dabei zuhören, wie er unter Tränen erklärt, wie leid es ihm jetzt tut, dass er so ein Mistkerl gewesen ist. Nichts für ungut. Das wäre nicht sein Stil. Mein Vater war nicht so der Typ, der sich entschuldigt. Donna? Donna Logan. Inzwischen Mrs. Eric Forrester, vielen Dank. Lassen Sie uns anfangen. Danke, Clark. Wissen Sie, ich verstehe nicht so ganz genau, weshalb ich hier bin. Das wird sich alles aufklären, wenn ich Mr. Spencers letzten Willen verlesen habe. Wer weiß, vielleicht wollte Bill sein Gewissen erleichtern. Da sind mich so auch sehr wunderschön. Und ich hoffe, dass wir uns vorliebt, dass Lots kinder owns. Danke, mich. Da sind wir uns swipe indicator mines, sind Tradibilität.